Hallo, schönen guten Abend. Heute zeige ich euch einen Grünfeld Liener in der QBR-Version. In der Literflasche. Grünfeld Liener, frisch, spritzig, pfeffrig, stählern, kleine Apfeltöne, schön leichtfüßig. Kommt klassisch aus Österreich, auch der kommt aus Österreich, aus Sankt Margareten, vom Winzerhof Adler, um genau zu sein. Der Sohn hat das Weingut vor ein paar Jahren übernommen und die guten Sachen so weitergeführt, wie sie liefen. Und noch mal ein paar schöne Sachen dazugefügt. Gutes Werk. Einen Grünfeld Liener würde ich zum Fisch nehmen oder zum Salat nehmen. Oder einfach nur Samstagnachmittag mal eine schöne Flasche Wein öffnen. Vielen Dank fürs Zuhören.